Ich hätte vielleicht doch eine Runde üben sollen. Okay, auf die Plätze fertig süffen. Lecker! Sie brauchen die Färbeln, schmeckt immer sehr lecker. Also gerade hatte ich eine große Klappe, ich sage euch jetzt mal, wie es richtig geht. Einfach den Finger hier nach unten, dann könnt ihr das auch so ein bisschen abstoßen. Schön gucken, dass die Kante hier passt, weil sonst meistens kleckert man sonst. Freunde, Kopf und Nacken, auf geht's. Perfekt! Immer schön nach hinten gucken, sonst kleckert er unten so. So, ich gehe jetzt zum Schützenfest.